Juden, lasst euch nicht von den Deutschen einschläfern, sie wollen euch umbringen, lasst euch nicht deportieren, ich bin geflohen aus Lachbier, ich gehe mal zu den Mädchen, damit ihr die Wahrheit hört, Juden, sie planen euren Tod, sie haben große Öfen. So, halten sie mich wirklich für den Menschen? Das bist du, du bist ein richtiger Mensch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!